Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 4 Multiplayer in Team Deathmatch, mit dem DecayCave, der nicht da ist. Schwachsinn kommt selten allein. Ja, nach der Runde, äh, na, na, nach, äh, was war das? Noot? Ja, kann man gar nicht mehr dran denken, ne? Nach dem kompletten Abfuck. Wir haben die Kontrolle übernommen. Tut, 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 tut. Bin ich gleich wieder down. Einer ist hinter mir. Nö, nö, alles gut, alles gut. Ja, warum ist noch keiner hinter mir gewesen, verstehe ich nicht? Alles gut. Alles hinter mir. Alles hinter... Wie kommt der jetzt hinter mich? Also, äh, ja. Hm, 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 hm. Wie heißt die Granate nochmal von der Battery? Ich komm halt nicht auf den Namen. Cluster-Granate. Cluster-Granate. Ich hab grad alle so Splitter-Granate, aber das ist ja wieder was an. Die kann man auch benutzen, aber da muss man sich einen Ausrüstungs-Platz. Wo sind denn der jetzt... Die mir bis jetzt zugrufen. Hä? Da geht die Gegner. Da. Kann es sein, dass wir mal normale Gegner haben? Nicht solche Leute, die denken, oh, es geht hier um Leben und Tod. Ich muss unbedingt hier... Ich hoff's. So richtig Treyharn. Ich hoff's. Okay. Ich hab einen erledigt. Lass mal... Ja, ich hab noch einen erledigt. Lass mal so stehen, würd ich sagen. Hinter... Uns? Hä? Von wo kam denn jetzt der Schuss? Von der Schuss? Aber ich probier mal was aus. Ich guck hier Schüsse ab. Ach, der war schon da. Aber ich seh nicht, von wo die Schüsse herkommen. Ah, ich bin tot. Ne, bin nicht. Jetzt bin ich tot. Wie viel Leben hatte ich ihn noch? Ah. Ich hatte 94 und auf einmal nur noch 54 und bin dann tot. Das ist so komplett dumm, ey. Bevor er geschossen hat überhaupt. Oh, ich schieß den viermal an. Oh, ne, der läuft einfach weg und versteckt sich. Und dann killt mich sein Teammate. Voll geil. Leg dich doch nicht hin. Gönnt mir halt gar nichts. 70 Schanen habe ich dem geschossen. Ich habe gerade in diese Röhre reingeguckt. Da war keiner? Ne, da war keiner. Ich habe in die Röhre reingeguckt, da war keiner. Ich drehe mich rum, ist einer hinter mir. Ja, klar, logisch. Das ist eigentlich das, was mich am meisten aufregt. Weil das einfach so komplett dumm ist und du nichts dagegen machen kannst. Deswegen regt mich das so auf. Ich habe nicht ein Problem damit, dass ich sterbe. Aber wenn es halt wenigstens so ganz normal in einem Zweikampf wäre, weil der besser zielt oder besser schießt oder keine Ahnung. Kann ich zwei sagen, gleichzeitig mal. Ich kann nicht schießen und zielen. Ja, nein, der mit der Diamantwaffe, weil der Typ halt einfach, was soll ich, zehnmal mehr Damage macht. Ich glaube, ich kann nicht so weit gehen. Natürlich treffe ich nicht. Ich kann mich einfach komplett daneben schießen. Hm, klar. Der sitzt die ganze Zeit da oben, aber man sieht ihn nicht, weil er sich da geduppt hat. Aha. Ach so, halt. Ich habe ja keine Granaten. Ja, klar. Dumm schon. Das ist schon wieder komplett dumm. Die Leute spawnen schon wieder hinter mir, weil ich eine Sekunde, wo rumgestanden war und habe gewartet. Oder gekämpft. Kampf. Ihr Sanitäter ist Geschichte. Ach so. Alles klar. Der trifft mich natürlich. Der hat durch das Geländer durchgeschossen und mir einen Fuß rein. Alles klar. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Ach, hei je. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Mann. Diesmal habe ich ihn sogar wirklich erst erst angehittet und bin trotzdem gestorben. Selbst in der Q-CAN. Ach. Wie geht's? Bin ziemlich angepisst. Ja, komm schon. Werte hoch? Ja, komm schon. Das ist halt, weiß ich nicht. Das ist halt einfach dumm. Ich finde es so dumm in diesem Spiel. Das ist kein COD mehr. Das ist einfach nur, ja, keine Ahnung. Ich fuck dich einfach ab und kann dich die ganze Zeit killen. Genauso war das aber im Blick aufs. War ja auch. Abgeschossen. Das hat mich nicht so weit abgefuckt. Wie das jetzt hier. Vor allem, weil die Spawns halt nicht alle vier Sekunden wechseln. Äh, ja, aber da haben die doch auch so oft gewechselt. Nee. Wenn ich jetzt halt hier spawne. Mann, wo kommen denn die jetzt her? Hinten im Spawn und ich laufe vor und einer ist vor mir und der fightet mich so. Ja gut, so schnell haben die nicht gewechselt. Ja, aber haben sie aber auch gewechselt. Also so wie das jetzt hier auf jeder Map ist, war es halt in Black Ops 2 auf Nuketown. Und Nuketown ist jetzt in dem Spiel noch schlimmer. Immer so. Ja geil. Ja geil. Wohl. Lieber nicht. Feindliche Konterdrohne über uns. Feindliche Drohne kreist. Ich hab meinen Stampfer ready. Ich kann die Drohne abknallen. Aber nicht da, wo Gegner sind. Ja. Ja klar. Oh, komm schon. Und da fliegt sie schon wieder weg. Willst du mich verarschen? Ich will die Drohne abknallen. Wie weg ist sie? Böse Drohne. Ja geil. Wann mal, sind wir da nicht gerade rein? Okay, also die Spawns drehen wirklich übermäßig. Achso. Achso, der Typ steht nur vor mir, stirbt aber nicht, weil ich da reinjump. Ich kann nur maximal drei Leute killen. Oder was? Hm. Ich bin hier reingejumped, hab drei Leute gekillt. Ne, der vierte stirbt nicht, er sagt so, ne, ich hab keine Lust. Nein, nein, klar. Oh, da wollte ich gar nicht. Ja, wusste ich gar nicht. Im Wiedersinn oder so. Und alle da im Gang. Nach vorne, Achtung. Oh, da, oh, oh. Einfach mal umsprayen. Jetzt kommen die doch sowieso hinter uns wieder. Nicht? Ja, ich geh einfach weg. Ich lass den einfach, scheiß drauf. Ma. Ich bin wieder hinter den Gnesen und dort, okay. Hihihi, der hat mich nicht gesehen. Ja, wir haben aber gewonnen. Da ist noch ein Freekill vor mir. Gute Arbeit. Siehst du, das war taktisches Abwarten. In die Ecke stellen und alle vorbeilaufen lassen. Ja, das war die... Ich hab da drei Kills gemacht, ne? Ja. Genau. Im vierten noch. Vier sogar. Boah. Hoho. Das gut. Jetzt hab ich wieder gute Laune. Jetzt hab ich die Leute geoutplayt. Das war lustig. Ne, wir steigen auf. Ja, 20. Wuh. Ich bin Anfang 19. Ich bin Anfang 20. Noch 12.000 EP, dann bin ich Level 9, 3. Also nur 6.000 EP, weil die doppelte Punkte... Noch wieder Nookdown. Na, ne. 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 Oh, doch. Nein. Nein. Oh, doch. Nein. Nein. Nicht Glück. Wie aufgehamt. Ich bin gerade zurück und wieder... Ja, wahrscheinlich deswegen. Da, da ist der Radiergummi, den man bekommt, wenn man zurücksetzt. Ja. Die haben sogar zwei da... Ich hab den nie gemacht und ich war jetzt nicht damit anfangen, ganz ehrlich. Ich werd den in diesem Spiel auch nicht machen. In Black Ops 3 hab ich schon mal gemacht, aber da hatte ich keinen Bock mehr zu spielen. Ne, nach dem Let's Play... Ne, nach Prestige hab ich dann zurückgesetzt und dann bin ich jetzt noch nicht mal bei Prestige 1. Oder? Ne. Doch, ich bin bei Prestige 1. Weder. Aber hab dann nicht mehr gemacht. Na, ich spiel jetzt wieder den. Müsst du eigentlich spielen, ist voll geil. Ne. Also ich find's besser als das. Fangen wir mit dem... Ich nicht. Warum? Weil es nicht gut ist. Das stirbt mir aber nicht die ganze Zeit von hinten. Doch. Von oben. Und von überall, von allen Richtungen stirbst du. Nicht nur von hinten. Bist du sicher? Ja. Also ich hab 30 Kills gemacht und bin nur 10 Mal gestorben. Was ich mir jetzt in dem Spiel hier nicht vorstellen kann. Oh, vielleicht doch. Wieso war das kein Starttag? First Blood. Der Typ ist down. Also ist doch nicht down. Achtung. Bist du auch? Hm, 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 hm. Hallo. Warum guck ich eigentlich da hin? Also ich denk mir so, ja, da könnte vielleicht einer sein. Ich geh mal so, so visierend um die Ecke, da läuft einer gleich hier raus. Ja, so, so, la, 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 ich bin da. Ja, bin drin. I'm out. Plaster Granate geht raus. Oh Gott. Oh, ich hab' ich'n die geworfen. Hallo. Da oben? Ja, klar. Crash ausgescheitert. Oder schon. Ey, so schnell kann ich gar nicht schießen, wie schnell der schießt. Ich hab' mal'n Zweikampf gewonnen, wie geht das denn? Jetzt stirbt... Boah, Gott. Den hab' ich grad geschahnt, voll in die Füße geschossen. Ist das der... Ja, das ist der. Ja, das ist der Schahnt. Verbündeter Taktik-Einstiegsmarker offline. Der Rücksetzungsmensch. Okay, die Spartan wurden immer noch nicht hinter uns. Cluster ist einsatzbereit. Meine Dänen hier. Nein, ich hab' veraimt. Hast du das gesehen, wie schlecht ich grad war? Ne, leider nicht, aber... Ich will's auch gar nicht. Achso, ist das okay? Hm? Ja? War ich grad' selber Probleme... Ah, aber... Ist das schon wieder der? Ne. Doch, schon wieder der. Bum, 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 bum. Ich werde immer vom Gleichen gekillt, was ist das? Das ist voll geil, oder? Ich hab' mir so gedacht, ich hol' mal die Gegner. Ja, aber, ne. Hätt's den Jahn richtig schon schmeißen sollen. Jetzt schlippt der... Oh, was ist das? Schlippt der gerade, wie ich sterbe? Und besser, wie ich draufschieß. Kommando, ich brauch' eine Drohne über uns. Achso, geil. Erledigt. Hat er wunderbar gesagt? Taktik-Einstiegsmarker wird eingesetzt. Ja, es ruckelt halt, geil. Warum sterben die immer so langsam? Wenn sie mal sterben. Die, die zu viel HP haben. Ja, nicht nur das. Ne, ich meine, ich schieße da drauf und dann... dauert's ewig, bis ich sterbe. Ja, zwei Schüsse hat er gebraucht. Stollen wir euch down. Cool. Da war noch einer. Ja, der hat... Nope. Drohne? Drohne, wo bist du? Ich seh' dich nicht. Okay, bin fertig. Ich muss schon wissen, was ich jetzt machen muss mit dem Raketenwerfer. Aber warum läuft er von mir weg? Krieg ich die ganze Zeit für Geräusch? Hätte ich schon noch warten sollen? Ich denke schon. Der ist einfach an mir vorbeigelaufen. Ich hätte warten sollen. Mann! Warum mach ich das nicht? Feindliche Drohne über uns. Mhm. Wo ist der hin? Und da... Oh Gott. So darf ich ihn eigentlich schon wieder hin. Hm. Ach ja, schön, dass du da auf mich wartest. Cool. Den kann man nicht killen. Der ist so schnell, den kann man nicht killen. Ach so. Ach so, das sind zehn Leute. Oh doch. Ist das der? Das Sturmpaket ist da. Verbündete Taktik-Einstiegsmarker offline. Du bist da noch. Ja, ja, ich bin da noch. Toll. Wieso heilt der sich nicht jetzt? Hä, der hat sich nicht einmal geheilt. Wir haben die Kontrolle übernommen. Ich hab den angehalten. Der hat immer noch eine ARP gehabt wie vorher. Hat halt einfach keinen Bock gehabt. Dann ist er weggerannt. Bin im Hinterher. Schießt er noch irgendeinen anderen und dann... Jeder, wie er will. Kann man eigentlich... Warte mal. Kann man hier hoch? Kann er nicht mehr hoch? Nee, man kann da nicht mehr hoch. Toll, in der gab es eins konnte man da hoch. Ja, oder? Doch. Gleich alle wissen, wo du bist. Alle wissen. Wie das im G... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich spiele gleich mal nächste Runde im G. Boah, 56-55 AP habe ich ihm da abgezogen. Einfach immer draufschießen. Ach so, ja, ja. Ich hab den Schild-Typen getötet. Hinter mir. Vor uns, hinter uns. Können wir uns jetzt mal entscheiden? Ich bin schon zu spät. Noch können wir gewinnen. Noch können wir, aber ich denke nicht, dass wir das noch umreißen. Es muss jetzt noch ein Wunder passieren. Oh, da ist ein Wunder passiert. Was denn für ein Wunder? Jetzt ist das Wunder... Ja, der, der, der mich abgeknallt hat, den hast du abgeknallt. Bevor ich gestorben bin. Ja, alles klar. Der überlebt natürlich. Wie viel HP hatte der noch? 72. Er wäre auch nicht gestorben, hätte er die 200 HP gehabt. Was für eine Niederlage. Wer noch lebt, zieht er zurück für die Missionsbesprechung. Ja, das ist der, der... Eins? Wie viel hat er denn gemacht? Ich weiß gar nicht. Wir sehen euch. Nomad ausgeschehen. Erledigt. Gut, gut. Wenn das nächste Mal bei uns im Team ist, ist es gut. Ich denke zwar nicht dran, aber... 39. Yay. Äh, Klasseneditor. Ah, das habe ich jetzt freigestellt. Ja, hier. Kategorieabschlüsse, fünf Punkte sehen. In einem Spiel, oh Gott. Wie soll man das denn machen? Sollen Sie die zwei Punkte sehen, schnell mit... Okay, das geht. Das geht auch, okay. Ja, gut. Aber ich spiele jetzt... Mit dem MG da. Mal gucken, was passiert. To starten. To, 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 to. Ja, ja. Battery meldet sich zum Dienst. Gib Gummi. Hallo. So, das ist immer so lang. Haben doch alle schon ausgewählt. Hallo. Überspringen. Ich kann meine ICR-Prestige machen, sehe ich gerade. Ich habe einen MG. Und ich werde es, äh, auf sich die Gegner schmerzen. Ich werde das jetzt nicht mal annähern, so gut wie bei den Gegnern. Nee, nee. Die Gegner töten dich mit zwei Schüsse und du brauchst bestimmt zu 20. Ich habe 75, vielleicht schieße ich ja auch. 20 pro Sekunde. Können wir gleich mal sehen. Oh, nee, das killt auch so gut. Okay, im G-Sinn, ja. Also der erste Kill war jetzt einfach. Und er war ein Sniper. Okay. Ja, er war nicht mal der Deming-Visier. Ich habe den nicht richtig gesehen. Klar. Ich weiß, ich predikte die Gegner schon. MG gegen MG. Das MG, das nicht gelevelt ist, verliert. Ja, klar. Oh. Ja, wir sterben. Das ist auf jeden Fall gut. Typ ist so schlecht, trifft mich nicht mal. Ich lasse mich von dem holen. Ah, von den... Tschü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Zu tief. Zu breit. Die Säge. Zu kurz. Jetzt müssen die nur noch vier Drohnen haben, dann kriege ich das hin mit. Fünf in einem Spiel. Schau auf, lässt du das? Kleiner Zigeuner, du. Oh, jetzt muss ich weg. Autokammer gar nicht. Abknallen. Mal, ob mit MG hier rumlaufen kann. Das ist eigentlich viel zu schwer dafür. Ne. Und dann bin ich... Auf einmal ist keiner mehr da. Warum sind auf einmal keine Verbündeten mehr bei mir? Fiech nicht. Einfach alle weg. Na, weg. Na, hallo, Römer weg. Snapper da vorne? Ja. Werfe Clustergranate. Und da ist der Snapper hinter mir. Wo kommt der? Ist der da gespawnt? Ich denke. Ja, der ist da gespawnt. Ey, Mann. Oh Gott, das ist ein Verbündeter. Natürlich. 12 HP. Willst du mich verarschen? Headshot. Und hinter mir. Geil. Immerhin habe ich mal vier Gegner am Stück kämen können. Das ist schon viel eigentlich. Masse ist gerade geschmolzen. Oh, den habe ich geschäunt. Voll in die Füße geschossen. Geil. Also ich will da nicht rauslachen. Doch, du musst da rauslachen. Ne, will aber... Ne, ich glaube, außen rum. Kann auch da durchs Wasser schwimmen, aber das macht keiner. Ja, weil du dauernd bist. Ja, wie hat denn der so schnell das Auto da kaputt bekommen? Ich höre schon wieder eins. Supermarkt hat geöffnet. Wir sind jetzt hier kein... Hä? Ja, ja. Ja, ja. Also man braucht einen Schalldämpfer, Geist und am besten noch Totenstille. Natürlich. Das brauchst du. Weil selbst wenn du läufst, die Gegner wissen sofort... Ah, da ist einer. Wieso ist er jetzt hinter mir? Guck, was habe ich gesagt? Ich bin hier nur gelaufen, ich habe nichts gemacht. Und er weiß so, ah, da kommt jemand jetzt. Cool, dass ich da mitten in der Schussbahn von den Gegnern gespawnt werde. Toll, warum ist der jetzt hinter mir? Mann, dieses... Ich habe instant auf den gezielt. Da ist das egal. Bringt ja nichts. Kein Vorteil. Ich bin hier, hallo. Taktik-Einstiegsmackern. Sage doch, ich bin hier, hallo. Warum hört mir keiner zu? Wieso bin ich tot? Ich war was? Ich war hinter dir. Du blöder Hund, du. Ich muss sie abballern. Ich muss sie abballern. Lauf! Bedrohung neutralisiert. War das ein Volltreffer? Nee. Ist da noch irgendwas im Himmel? Nee. Was habe ich jetzt für eine Tarnung bekommen? Ich will da nicht vorlaufen. Geh durchs Schiff. Ist mir noch schön gewesen. Na du? Du Sniper, du. Wie will die abballern? Geht nicht. Feindliche Drohne über uns. Drohne bei euch. Da war gerade so ein scheiß Auto. Der Rest ist mir jetzt erstmal egal. Ich muss jetzt... Es ist gegen die Wand gefahren. Ich habe es nicht gecheckt. Zeug da. Noch... Jetzt bitte, jetzt Gegner, bitte noch eine Punkteserie. Dann ist gut. Heim mal eine Drohne, dann bin ich zufrieden. Dann haben wir wenigstens eine Sache geschafft im Spiel. Schräfte nicht. Schräfte nicht. Ich habe einen Tod. Oh, da ist eine Drohne. Oh, 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 oh. Kriegsmaschinenabschuss. Guck wie er explodiert. Jawohl. Und die Beine sind schön weggefetzt im Eis. Der Reis ist heiß. Kann ich jetzt wieder eine Drohne? Kann ich jetzt bitte noch mal eine Drohne machen oder sowas? Bitte, Gegner. Hallo? Können unser Team bitte noch mal bitte schlecht spielen? Verbündete Taktik, Einstiegsmarker offline. 12,4 PC und down. Ja, von so einem MG-Typen, nämlich mit zwei Schüssen in die Füße tötet. Ich habe getrückt. Ja, eliminiert. Nicht nachladen, nicht. Okay. Nein, ich will nicht Elektrizität titiert werden. Schlecht. Feindliche Drohne über uns. Also doch. Vor allem habe ich den Typen nicht gerade eben gekillt? Oder haben die zwei von den Typen... Yeah, ich habe zwei Tarnungen gemacht für den Raketenwerfer. Geil. Voll gut. Immerhin eine Sache gepackt. Feindliche Hellstorm entdeckt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh nein, wo ist ich gelandet? Taktik-Einstiegsmarker platziert. Natürlich. Ja, mhm. Zuständigkeitsbereich verloren. Mission ist gescheitert. Mhm. Feind am Boden. Das war sehr gut. Ein am Boden liegendes Ziel erledigt. Eingetütet. Ja. Da hat er durch diesen scheiß Ding durchgeschossen. Voller Headshot. Geil. Voll der Headshot, ey. Hat er durchgeschossen. Ja, ein Headshot für durch den Behälter durch. Mhm. Mhm. Ja, ja. Vor allem, man sieht an dem Behälter dann gar nichts. Jo. Gut. Dann würde ich mal sagen. Ich habe dir voll gerade euch gefallen. Und, äh, ja. Nächsten Folge geht's dann weiter. Wie immer, ne? So. Und, äh, ich glaube wir spielen dann was anderes. Mal gucken. Auf Ruhestock, ey. Was anderes spielen. Tschüss. Tschau. Ja. Und dann. Ja. Und dann. Juhu.